yo was geht ab leute ich bin euer phantom wie ihr sicher mitbekommen habt sind die peyote pflanzen wieder am start ich glaube 76 stück waren es an der zahl und ich zeige euch hier eine solo variante wie ihr die 5000 rp abspeichern könnt also das ganze ist ein kleiner rp glitch und ich wünsche euch viel spaß damit letzt ihr braucht dazu nichts denn die peyote pflanzen sind einfach so da ihr geht dann zu so einer peyote pflanze hin ich bin jetzt hier bei dieser hier auf dieser kleinen insel dann gibt es noch irgendwie hier auf diesem fußballfeld noch eine und ja es gibt wie gesagt 76 locations ich packe euch eine karte unten ins angepinnte kommentar so dass ihr auf jeden fall auch eine peyote pflanze findet das ganze ist sehr sehr simpel und einfach ihr geht zu so einer pflanze hin drückt einmal rechtes steuerkreuz dann ist er diese pflanze auf und wenn ihr jetzt gleich zum tier verwandelt seid werdet ihr einmal in einen job für einen titan gehen also wir haben jetzt gerade 5000 rp dazu bekommen ja jetzt gehen wir einfach auf online jobs job spielen von rockstar erstellt missionen und ein job für einen titan seid ihr nun in einen job für einen titan drinnen könnt ihr hier auch einfach wieder rausgehen so jetzt sind wir hier wieder als mensch gespawnt ihr seht die peyote pflanze ist weg wir müssen jetzt einfach nur auf interaktions menü gehen gehen auf stil auf accessoires und ändern einmal die brille oder das outfit gehen zurück und warten unten rechts auf die orange ladeschnecke die jetzt gerade da ist habt ihr diese gehabt dann seht ihr also wie gesagt wir haben die 5000 rp dazu bekommen mit orange ladeschnecke speichern wie diese jetzt einmal ab und damit wir die peyote pflanze bekommen gehen wir einmal auf anwendung schließen und starten einfach gta noch mal neu und halten die r1 taste ab der bikini frau bis zum fünften polizeistern gedrückt damit sich dass damit sich der catch leert und ihr bekommt dann das kalibriere fenster und dieses bestätigte einfach mit x und geht einfach wieder online und dann werdet ihr sehen die peyote pflanze ist wieder da und ihr könnt das ganze nochmals machen seit ihr nun wieder online gespawnt hoffe ich habt ihr eure sport location auf letzten ort gestellt habe ich am anfang vergessen dazu zu sagen und dann könnt ihr hier nämlich direkt weitermachen ihr seht die peyote pflanze ist wieder da die rp haben wir behalten oben seht ihr es 6 5 0 7 1 davor waren 6 0 0 7 1 und ja so könnt ihr jetzt alle fünf minuten sage ich mal vier bis fünf minuten je nachdem wie schnell euer gta neu gestartet ist 5000 rp machen ich wünsche euch viel spaß mit diesem video wenn euch das video gefallen hat lasst dann mir am besten einen daumen nach oben da teilt das video mit euren freunden ich bin hier mit raus peace out euer phantom